Clemens Brentano, Herr Künzel Als Herr Künzel neulich bat, schuld ich ihm kein Blatt zu bleiben, Oh, da fand ich Freilich Rat, braucht mir nicht die Stirn zu reiben. Für ein Blatt von Freilich Rat konnte ich ihm gleich Sechse schreiben, Gern um einen Pfeilich Rat, nach so reiner Sonnenscheiben. Tanzt auch auf dem Seil ich grad, wollte ich balancierend bleiben, Schrieb auch keine Zeil ich grad, ließ doch meinen Kiel ich treiben, Kläng es auch, langweilig fad, wollte ich doch Sechs Blätter schreiben. Für ein Blatt von Freilich Rat. Aber dabei soll's auch bleiben, denn, weil ich zu eilig tat, Mich Sechsfach einzuverleiben, sah ich, dass Herr Freilich Rat Sein gedrucktes Ab kann schreiben. Ein gedrucktes Blatt ist seines, dies von meinen Sechsen eines, Weiter kriegt Herr Künzel keines. Clemens Brentano, Herr Künzel Gelesen von Helge Heinold 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 Gelesen von Helge Heinold